Tja. Dann machen wir gleich weiter in Cannes. Gut. Großartig! Glückwunsch, Commander! Sie haben diese Bastarde heimgeschickt. Die werden bestimmt zweimal überlegen, bevor sie erneut eine Invasion versuchen. Dieser Sieg war für alle sehr wichtig, Commander. Für die Russen nicht, für sie war es eine böse Niederlage. Ja, aber schade, nicht alle Kommandeure haben ihre Einstellung. Hören Sie, Bingham, ich mag diesen neuen Commander. Die Russen in Frankreich könnten auch etwas Feuer unterm Hintern vertragen. Ja, natürlich, Sir. Diesen Gedanken hatte ich auch bereits erwogen. Wie sagt man, zwei Dumme, ein Gedanke. Und um meine Worte zu unterstreichen, schicke ich Ihnen unser bestes Geheimkommando. Jungs, darf ich vorstellen, Tanja. Hallo, Gentlemen. Tanja ist das Beste, was wir haben. Sie kennt 15 verschiedene Wege, einen Mann zu töten mit bloßen Händen. Deswegen rate ich Ihnen, verärgern Sie sie bloß nicht. Commander, der sowjetische General, den Sie bei Brighton geschlagen haben, ist jetzt in Südfrankreich. Er besetzte Kamm und verhaftete unsere Generäle. Ich lege den Hafen lahm, aber der Rest ist dann Ihre Sache. Alliierte Truppen in ganz Europa versuchen, die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Aber sie werden in Südfrankreich erwartet. Die Sowjets halten dort einen strategisch wichtigen Hafen. Sie haben außerdem in der Region mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Special Agent Tanja unterstützt sie auf dem Boden. Bonne Chance, Commander. Die Sowjets haben sich in Cannes eingegraben und die Küstengewässer abgeriegelt. Wir können sie also nicht frontal angreifen. Allerdings haben wir eine Schwäche im sowjetischen Sperrriegel entdeckt und ein Infiltrationsteam zusammengestellt, um durchzubrechen. Hier Ihre Befehle. Die Sowjets kontrollieren den Hafen und halten mehrere alliierte Führer als Geiseln fest. Sie sollen die Geiseln befreien und den Hafen. Sie werden von Tanja unterstützt. Das könnte ein heißer... Ja, ja, wir stehen unter Zeitdruck. Commander, ich bin Ihr Bodenkommando, klar? Sind Sie bereit? Okay, dann los. Kann keine Basisverteidigung bauen. Darfst du nicht? Guten Tag, Sir. Nee. Bereits für Infiltration? Mich würde es schon mal immer interessieren, ob man... Hm, ich probiere das vielleicht nachher mal aus. Sichert. Ab ins Kühle, nass. Bereits für Infiltration? Hm, diese Tanja macht mir Angst. Mach ich. Erwarte Befehle. Unser Verbündeter wird angeklappt. Schnell wieder... Commander, diese russischen Wehren wittern mit ihrer feinen Nase jeden noch so gut getarnten Spion. Wird der Spion entdeckt, fliegt seine Tarnung auf. Bereits für Infiltration? Wo brauchen Sie mich? Gah, Tesla-Spulen. Commander, sagen Sie unseren Spion, Sie sollen Ihnen den Saft abdrehen. Das verschafft mir genug Zeit, um Ihre Defensivsysteme zu erledigen. Und dann der Minister, wenn das Bär ist. Wo ist dann geliebte Mutter? Oh, der Minister, ein wilder Hund. Pelskappen in Kahn? Das ist ja wohl lächerlich. Hey, was liegt an? Ah ja, man erkennt dieses Kommunisten-Pakt immer an Geruch. An die Arbeit! So. C4 ist unterwegs. Eine Einheit wird angegriffen. Klopf, klopf. C4 ist unterwegs. Spule hier weg. Klopf, klopf. Cha-ching. Verstanden. Rück hervor. Vorsicht vor den Speeren. Ah, ein Tag am Start. Wie wer für der Versection? Bin dran. Jawohl. Sind unterwegs. Bin unterwegs. C4 ist unterwegs. Wie sehe ich aus? Mal sehen, was wir in den. Wie macht sich die Verkleidung? Hier kann ja. Du kommst da oben klar, oder? Ja. Ja. Aber, ja. Danke. Nicht zu sehen, Genosse. Schon Urlaubsreif? Verstanden. Hey du, warte. Ich erledige das. Ich würde ja gar nicht mehr was gegen Infanterie bauen. Wie macht sich die Verkleidung? Ist die Luft rein? Kannst Peacekeeper bauen? Ich hole sie mir. Wimt. Mach ich. Ach, dass ich daran nicht selbst gedacht habe, ist ja typisch. Ich erledige das. Peacekeeper sind da die besten Infanterieabwehr. Bin dran. Besten Infanterieabwehr. Cha-ching. Verstanden. Bin dran. Undercover. Operation läuft. Okay, so. Wie sehe ich aus? Wie macht sich die Verkleidung? Äh, und eben. Bin unterwegs. Bin nochmal Kraftwerkinfiltretien. Haben Sie ein Ziel? Ein Klacks. Kein Problem. Verstanden. Sprengsätze platziert. Brücke vor. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ein Klacks. Alles klar? Undercover. Operation läuft. Ich mach's mir gewöhnlich. Hey, hört sich an. Ich erledige das. Bin unterwegs. Und tschüss. Klopf, klopf. Jawohl. Brücke vor. Vorsicht vor den Speeren. Schnell wie der Wind. Ausbildung. Kommt nur her. Verstanden. Ich sehe Tanja, die Tesla-Spule ist wieder scharf. Hm. Bereit zur Infektion. Schon Urlaubsreif? Schnell, bevor ich entdeckt werde. Feindliches Gebäude infiltriert. Haben Sie ein Ziel? Ein Klacks. Bereit zur Infektion. Eine Einheit wird angegriffen. So sichert man ein Gebiet. Bin unterwegs. Brücke vor. Bin unterwegs. Das gibt einen schönen Knall. Bereit zur Infektion. Klopf, klopf. C4 ist unterwegs. Das gibt einen schönen Knall. Bin dran. Mach ich. Bereit zur Infektion. Undercover. Jungs geht da mal weg. Da kommt ein Bär auf euch zu. Neoprenanzug bereit. Bereit zur Infektion. Volltreffer. Tanja, was machst du da? C4 ist unterwegs. Eine Einheit wird angegriffen. Wir haben Tanja verloren. Da schaut man einmal wieder nicht hin. Dann ist Tanja wieder rein. Verkleidung bereit. Klaro. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Wenigstens darf ich die in der Mission kostenlos bauen. Legen wir los. Verstanden. Rücke vor. Genug gebadet. Gehen wir spazieren. Undercover. Hoh steigt die Party. Genug gebadet. Bin dran. Jawohl. Das gibt einen schönen Knall. Die ist ja gleich auch noch im Bauchhof, ne? Ja, und sobald ich mit dem ganzen Infektion-Zeugs hier fertig bin, das dauert aber noch. Wie macht sich die Verkaufung? Eine Einheit wird angegriffen. Das ist alles. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ein Klacks. Jawohl. Wie sehe ich aus? Die zweite Lassi-Fräsezeitung war noch beim Strom. Hier, Tanja. Hey du, warte. Und tschüss. Sag bye bye. Verstanden. Schon Urlaubsrei? So. Expandiert. Nach Urlaubsrei. Expandiert. Verstanden. Kommt drauf, expandier ich auch. Verstanden. Undercover. Urlaubsratumal. Das klingt Ihnen was? An die Arbeit. Mach ich. Verstanden. Äh, ich bau für dich oben ne Basiserweiterung, ne? Hm? Ich bau für dich hier oben ne Basiserweiterung. Du darfst die auch besetzen, wenn du willst. Ich brauch sie nicht unbedingt später. Wenn du bis deine Armee aufbauen kannst, ist mir das auch recht. Ich unterstütze dich später eh ein bisschen aus der Luft. Schnell wieder Wind. 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 Hey, eine Insel bereit. Auf zur nächsten. Und mit Tanja kann ich dich auch ein bisschen unterstützen. Und wer weiß, wenn ich, wenn etwas funktioniert, was ich vorhabe, dann kann ich dich sogar mit was ganz Besonderem unterstützen. Aber das muss ich erst ausprobieren, ob das funktioniert. Ich bin dran. So. Und wenn um die Winsel da ein paar Bären rumschwimmen, warte ich die jetzt erst mal ab. Ich bin unterwegs. Jawohl. Rücke vor. Haben Sie was für mich? Ich hole sie mir. Undercover. Operation läuft. Wie wärs mit etwas Action? Sofort. Vorsicht von den Speeren. Natürlich, Sir. An die Arbeit. Nope. Ich hätte zwar gerade den Hämmerpanzer sehen sollen. Verstanden. Bären im Wasser. Ich mag sie am liebsten als Bett für Leder. Sieht meine Armee und dann Nope. Ja, ich muss jetzt hier gerade noch die letzten zwei Bären abwarten. Sonst kann ich meine Spione hier nirgendwo stehen lassen. Ich wirf Terror-Drohnen ab. Ich lerne gerade den aggressiven Angriffsbefehl zu schätzen. Kein Problem. Um Terror-Drohnen abzuwerden. Sicherlich das. Alles klar. So, das waren alle. Wie macht sich die Verkleidung? Ich nehme an, die Luft ist rein. Geladen und entsichert. Undercover. Oh, ein Tag am Start. Wie sehe ich aus? Freundliche Einheiten entdeckt. Hey, was liegt an? Ich hole sie mir. Vorsicht vor den Speeren. Ich seh mich vor dem Gebäude. Geladen und entsichert. Unser Verkündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin dann, Mann. Das gibt einen schönen Knall. Komm schon, mach die Tesla-Schule da auch klein. C4 ist unterwegs. Brücke vor. Wie macht sich die Verkleidung? Freundliches Gebäude in der Pflege. Hochsteig die Party. Bevor er hier loslegt, mich hier mit unter Spannung zu setzen. Jawohl. Alles klar. Klopf, klopf. Ich habe euch gesehen, die Funken-Dinger. Ich habe immer noch keine Klotschaft-Partei-Jungen gebaut. Oh fuck, was habe ich denn da gemacht? Bin unterwegs. Verstanden. Das gibt einen schönen Knall. Bin dran. Bin unterwegs. Schon Urlaubsreif? Verstanden. Wie sehe ich aus? Halt mein Handtuch bereit. Hier, Tanja. Jawohl. Brücke vor. Bin dran. Bin unterwegs. Alles klar. Sofort. Jawohl. Bin dran. Bin unterwegs. Alles klar. C4 ist unterwegs. Klopf, klopf. Das gibt einen schönen Knall. Ah, weg da, weg da, weg da. Und schief. Mach ich. Bet not. Ich bin unterwegs. Undercover. Tanja hier, ich bin soweit. Drücke vor. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Haben Sie was für mich? Habt ihr was gehört? Bin unterwegs. Nicht bin drin, bin dran. Und schief. Bin unterwegs. Okay, okay, okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Undercover. Verstanden. Vorsicht vor den Speeren. Hier, Tanja. Ich mag keine Mähre. Ich mag keine Mähre. Aber es liegt an. Kein Problem. C4 ist unterwegs. Mit Sternenrang geht das schon gleich viel besser. Das gibt einen schönen Knall. Ich hole sie mir. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bin unterwegs. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Hier, Tanja. Das ist Saftab. Das ist die Sowjets nicht irgendwann ein bisschen trauisch werden, so auf wie ich den Saftab drehe. Bin unterwegs. Drücke vor. Verstanden. Nicht bin drin, bin dran. Bis dann, Mann. C4 ist unterwegs. Klopf, klopf. Mal wieder mal so. Das gibt einen schönen Knall. C4 ist unterwegs. Klopf, klopf. Bin unterwegs. Aber hallo. So. Undercover. Du gehst da rein. Immer gerne. Wie sehe ich aus? Du gehst da rein. Vorsicht vor den Speeren. Haben Sie was für mich? Ich bin fast fertig mit dem Infiltrieren. Feindliches Gebäude infiltriert. Sprengsätze platziert. Feindliche Einheiten entdeckt. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Einen Spion habe ich noch übrig. Passt. Wie gesagt, ich bin unbewaffnet. Mit dem will ich dann gleich mal was probieren. Wo steigt die Party? Hey, was liegt an? Verstanden. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der macht dir da deine Schlüssel mit der Erweiterung kaputt. Oh. Klingt gut. Sofort. Feindliche Einheiten entdeckt. Undercover. Spion, was machst du da? Das ist... Spion, was soll das? Ich nehme an die Luft ist rein. Wie macht sich die Verkleidung? Machst halt du. Denk, der Kollege ist unfähig. Ein Tag am Strand. Feindliches Gebäude infiltriert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Neues Einsatzziel erhalten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einsatzziel erreicht. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Die Falle ist gespannt. Fehlt nur noch die Beute. Achtung, russische Flotte. Kehren sie in den Hafen zurück. Sie haben Verräter an Bord. Alle Schiefe werden durchsucht. Alle Schiefe werden durchsucht. Voll der gute russische Akzent. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sie ziehen sich zurück, Commander. Jetzt beenden sie es. Machen sie sie fertig. Wie das trotzdem alles weiter lief. Verstanden. Neue Bauoption. Neues Einsatzziel erhalten. Wird gebaut. So, ähm... Haben Sie ein... Ja, komm zu Mami. Jetzt will ich gerne mal was probieren. Das interessiert mich jetzt, ob ich das machen kann. Wenn halliierte Fahrzeuge explodieren, könnte ich stundenlang voller Begeisterung zusehen. Sagt mal... Sind Dreadnoughts bestechlich? Jeder hat seinen Preis. Ne, sind sie leider nicht. Schade. Das funktioniert nicht. Wäre zu schön gewesen. Schade. Schade. War das schon alles? Gordienpanzer Einsatzbehalt. Ah, ein Tag am Strand. Gut, dann machen wir das halt mit Tanja. Gordienpanzer Einsatzbehalt. War das schon alles? So, dann machen wir die halt mal kaputt. So, Dreadnoughts sind weg. Angegriffen. Einsatzziel erreicht. Feindliche Einheiten entdeckt. Neues Einsatzziel erhalten. Ich hab ja hier schon... Gordienpanzer Einsatzbehalt. Dreadnoughts, wo ist das Problem? An die Arbeit. Dreadnoughts, wo ist das Problem? Alles klar. Das ist richtig langweilig. Sie versuchen anzugreifen, mich? Ich warte hier auf Sie. Zeigen Sie mir, wie tafft Sie sind. Na, du überrennst den schon? Ja. Gut. Mach ich halt mit. Ich wollte zwar jetzt noch die Windicator da unten haben, aber egal. Drück mal Q-Alt-A. Q-Alt-A? Erst Q, dann und danach Alt-A. Wieso Alt-A? Äh, damit machst du alle Einheiten aggressiv. Das ist das Tastenkürzel dafür. Also Alt und A musst du gleichzeitig drücken. Dann greifen sie automatisch Gebäude an, ohne dass du denen die Befehle dafür geben musst. Ja, ich hab auch mal Krissi Mandus mit dir reinhauen. Ja. Mit Gebäuden ist das immer noch so eine Sache. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit unterwegs. Ansatz ist viel erreicht. Meine Basis. Sie haben sie zerstört. Ich weiß jetzt, wer sie sind und ich werde mich rächen. Und das war's dann. Ach, echt? Na gut, ich hab zumindest die Windicator noch befreit. Gute Arbeit, Commander. Hey, wir beide sind ein wirklich gutes Team. Danke, Agent Lutz. Gute Arbeit. Das war perfekt. Die alliierten Führer sind außer Gefahr und kann es befreit. Ich denke, General Bingham wird beeindruckt sein. Danke, Lieutenant Lutz. Überall Pups. Jep. Egal in welchem Land, egal in welcher Armee. Überall dasselbe. Überall dasselbe.